so oder wenn er es kommt zu einem kleinen Weihnachten zum Beispiel sei jetzt mal es gibt zwar so einmal gezogen die Runde mit Schädigemann die Wunderland ist auch ziemlich gut also sollte immer reingucken und die Leute die schon reingeguckt haben wahrscheinlich verlinkt vielleicht eventuell und dann gibt es natürlich auch ein winziges Weihnachtsbäschel natürlich ist jetzt nicht so lang das steht auch nur aus drei oder vier Videos ich habe ja trotzdem relativ lange noch drin gesessen für mann wollte denn ich wusste auch nicht welche die sich dann so nehmen soll also bitte einmal in die Google Benachrichtigungs Box schreiben und dann war ich euch sehr dankbar wenn ihr mehr ein paar Vorschläge gibt was ich noch so ansprechen soll beziehungsweise welch Videos da rein sollen aber wir sagen viel Spaß und von Lohololo und natürlich frohe Weihnachten Oh, ich hoffe, man hört diese Crystal... Naja, ui. Tschüss. Hilfe! Aaaaaah! Ey, ich hupp noch! Aaaaaah! Ooooooh! Leute, erhub ne Busse muss man durchlassen! Aaaaaah, Hilfe! Hilfe! Zuhilf! Was soll denn der Mist? Warum bescheid ich mein Bus nicht? Aaaaaah! Wow! Hm, aha, oh, achso, ja, jetzt gehen wir in ne Weide. Aaaaaah! Ähm... Jaaa... Okay? Äh... Aaaaaah... Okay. Wir haben also eine Geister... Ach, das ist neutral? Um wirklich zu machen? Nein... Nein... Ehrlich... Ich kann jetzt mal nicht mehr sagen... Komm, verpiss dich! Aaaaaah... Das sieht so aus... Ganz schön schief gehen... Ah ja... Was... Was sieht der denn hier seine Kuh aus? Was sieht der denn hier seine Kuh aus? Ah, jetzt ist er wieder normal... Flatsch! Hahaha... Die ist jetzt eine Straftat... Ach, das ist... Hahaha... Ja... Hahaha... Wie fett... Das... Das ist mein Bus! Oh-oh... Hahaha... Wie geil geht... Okay... Mach hier auf... Schnell! Junge! Junge! War das notwendig? Joschka! War das nötig? Das war ich nicht! Ganz ehrlich, Joschka? Nein, du... Nein, du... Nee, war nur... War nur TNT, war, ne? War nur TNT! So, jetzt... Jetzt stirbst du, mein Freund! Wer hat das TNT dann gewählt? Nicht nur einmal! Nicht nur einmal, mein Freund! So, Leute, Mitch! Ja, Fick dich, Alter! Jo, willst mich eigentlich nicht verarschen? Ja, ich seh's! Jo, geil, Junge, 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 Junge! Oh, Fick dich! So... Alter, jetzt gibt meine Scheißsachen wieder wirklich! Wirklich! Ey, gib ihm die Sachen wieder dieses wieder! Ja, gib ihm gleich, gib ihm gleich! Aber erst mal muss er ein paar Mal sterben! Ja, so ein Gefähr! Waschka, das war quasi Strafe dafür! Du hast dein Haus in Luft gejagt! Das ist so regekacke! Das war ich... Was ist, wenn nicht das dich war? Ja, genau, Alter! Achtung! Weiße, kündigt sich das... Kündigt das auch nur an, Alter! Hä? Ich hab das nicht angekündigt! Ja, ja, natürlich... Ja, nee, du hast dich nicht angekündigt! Ich bin da drüber gelaufen! Aber ich wusste nicht, dass da was ist! Deswegen... Ist das klar! Ja, ist wahr! Es ist einfach nur wahr! Es ist einfach nur wahr! Wenn ich die Haare versuche, wegzurenken! Weil ich das zuweilen habe! Hä? Wie jetzt? Lol! Viel aus der Welt! Ja, du kannst mich nicht kennen! Tut mir leid, mein Freund! Abonniert! Ahhhh! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ihr, 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 ihr! Ohhh ha tenía! Ma-ho-ho! Ja, da-da-da-da-da! Untertitelung des ZDF für funk, 2017